Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich sein Scheibenwischwasser im Auto richtig nachführen kann, wenn das entsprechende Symbol vielleicht schon aufleuchtet. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Jetzt suchen wir aber erst einmal den entsprechenden Stutzen, der wo meistens mit einem blauen Symbol hier oben für das Wischwasser auch gekennzeichnet ist. Diesen kann ich ganz einfach nach oben hin aufklappen und dann tue ich ihn am besten mal irgendwo noch bei meinem Auto hier befestigen, dass er nicht wieder umspringt. Jetzt ist es noch wichtig, ob wir im Moment Sommer oder Winter haben. Im Sommer können wir so ein ganz normales Scheibenwischwasser hernehmen. Im Winter benötigen wir ein spezielles, wo noch ein Frostschutz mit beigemischt ist. Dank dem Frostschutz kann nämlich unser Scheibenkleid bis zu einer bestimmten Minustemperatur nicht gefrieren, in meinem Fall minus 30 Grad. Und das Ganze könnte ich jetzt auch noch laut dieser Tabelle hier unten mit Wasser mischen, damit wir diese minus 30 Grad zum Beispiel auf minus 20 oder minus 10 Grad bekommen. Wichtig ist nur, dass von Experten empfohlen wird, dass wir in Deutschland auf jeden Fall bis minus 20 Grad verwenden sollten. Nun unser Knister aber jetzt mal nicht so gerade ansetzen, sondern so leicht schief halten, die große Öffnung hier vorne öffnen und jetzt mit Gefühl hier wirklich einmal das Ganze schön in unseren Einfühlstutzen geben. Das mache ich jetzt so lange, bis wirklich hier relativ weit oben das Scheibenklar zu sehen ist und dann ist es auch genug. Wenn du dir übrigens unsicher bist, kannst du natürlich auch einen speziellen Trichter hier verwenden. Das Wischwasser hier ist schön zu sehen, weswegen ich meinen Deckel jetzt mal wieder nehme, schön verschließe, dass hier auch nichts mehr rauslaufen kann. Anschließend muss ich natürlich noch meine Motorhaube hier oben zumachen und somit haben wir auch schon das Scheibenwischwasser für die vordere und vor allem auch für die hintere Scheibe gleichzeitig nachgefüllt. Wenn du dir für zu Hause so einen Trichter hier oder auch Scheibenwischwasser, egal ob für den Sommer oder für den Winter, zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen, aber relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft Hilfe haben. Wenn du dir als eines von diesen Tassinen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.